hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu 7 days to die gleiche aufnahmesession zweite folge der kaiser ist draußen ich bin unten und ihr seid dabei ich bring jetzt mal das eisen hoch dass wir das einschmelzen dann können wir nämlich die river frames ansetzen habe ich schon aber brauchen auch stil und deswegen alles eisens gut soll man irgendwie noch eine zweite ford also in der zweiten ford das ja genau ich mache in der rechten mache ich gerade ein bisschen bullet tipps und so weiter du kannst immer so folgende 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 im vorschlag hier ja wo man das rechts von dir liegt das öl wo soll ich das ane das eisen wo soll ich das öl hinpacken so rum packt man die linke kiste um ich habe auch snowballs noch manchmal okay hier oben ich habe eine schöne axi liegt hier vor der workbench ich habe noch eine 425 würdest du die gerade noch mal kombinieren ja klar wenn die muss noch aber hier auf 450 ist maximum also das maximum ja gut dann macht das kann aber die 450 schmalen sich wieder hin wo soll ich einen stein reinhauen über die zementmixer bitte in die kiste rein ja genau da ist auch sand drin sind fast 6000 sand jetzt drin ich habe 380 maiskolben dabei ja können wir einerseits grainalkohol machen für first aid kids und dann mache ich die mache ich die hälfte also 200 mal maismehl damit wir das zu brot machen genau das ist gut dann kannst du dir gleich noch mal ein bisschen hier 16 blut abzapfen ich bin jetzt so schwach ich bin so auf 50 prozent muss ich noch mehr hier ist das wieder was du sehen soll nach der nadel ach ja ein bisschen ordnung zu machen ganz wenig die onkels ich fand das album damals gut ich habe die onkels gehört also dieses dieses eine album mit dem alten mann drauf vorne dem alten mann also ich kenne die album von denen ich kenne zwei lieder das war es sehen sie noch der nadel was war noch drauf ich weiß es nicht mehr ich bin ich bin nicht so wirklich onkels fan muss man sagen ich fand die musik halt damals nicht schlecht aber da die meistens damit irgendwelchen faschho scheiß zu mal in verbindung gebracht worden sind weißt habe ich gesagt so ist nicht so mein stuff also selbst wenn sie nicht recht sind und blablabla aber ich muss ja nicht alles es gibt ja viele andere gute musik richtig jetzt gerade ist mir egal ich bin empfindlich bei dem thema ich auch mag das nicht ich bin pro mensch genau ich bin auch nicht antifa und was es da so alles gibt weißt du so diese diese das ist ein schlechtes thema jetzt aber antisi gegen zombies gar nichts anti coole leute und uncool leute und gegen zombies oh nein einschlag 34 bleibt übrig ich will mehr was kann ich noch habe ich noch mehr 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 gibt noch irgendwie meinigen die 100 fuck meine 69 bin ich auch am anschlag mehr geht nicht es liegt an es liegt am material ist es so ja wo an sonst 455 würde gern mit einem schlag mich hier durchbuddeln 18 8 sagst du ja was warte mal ich hatte ein level ab gehabt gerade in der pause meinst du kannst du es aber du kommst doch 25 punkte ah nein ah weapon moment weapon ich bin ich bin weapon ne jup weapons missing layer level 80 muss ich sein bin erst 69 das ist utopisch dann dauert es noch ein bisserl knife guy ranch fast fast eddy ist auch cool zum schneller routen für so häuser und so ist es nicht verkehrt aber was hat man noch warte mal ich hebe mir die punkte mal auf heal nut war noch heal nut 25 punkte hab ich nicht das war die maximum wellness und was war es noch äh wie hieß denn der andere der weniger hunger survival ist irgendwas ne survival ja survival bin ich auch auf anschlag hast du komplett voll so cool ey sexual sexual 20 punkte soll ich moment sex bin ich bei 4 von 5 brauche ich 25 punkte für das letzte level könnte ich jetzt machen ich bin also ich könnte es upgraden aber ich brauche eh noch lange bis ich meinen tooltop dingsbums habe hier auf anschlag von daher alles gut so river frames kommen 250 stück habe ich mal gemacht 479 pfeilspitzen für mir fällt was ein wenn ich jetzt die ganzen steine hier vorschlage weißt du dann haben die ja sind ja so gut wie kaputt ja dann könntest du nachschlagen ganz schnell mit einer mit einer kleinen spitzhack oder so könnte klappen ja 80 davon und 9mm 149 ich kenne das rezept nicht was irgendjemand hat auch in den kommentaren geschrieben äh rip blablabla wir hätten ja viel zu wenig und 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 also vor der horde wohl gemerkt viel zu wenig inwiefern verteidigung und so weiter ach schmorn hat das gepasst hat gelangt also ich meine die panzerfaust war glaube ich das das rettende element ja also sich auf eine rein passive verteidigung zu verlassen da musst du mit strom arbeiten also das geht gar nicht anders und selbst dann ist es halt immer noch nicht hundertprozentig passiv ja die wühlen sich schon gut durch hier die zombies und der knast das wird ne also das wird schon richtige das wird ne materialschlacht also da ja oder wir machen das fortschauss jetzt erstmal abschutzsicher weißt du was ich meine ja also den knast abzusichern wird zu atlantikwald 2.0 bitte sag den knast abzusichern wird zu atlantikwald 2.0 ja lass uns hier um die hütte einen graben ziehen weißt du der relativ tief ist also das Problem am graben ist wenn die da drin nicht verrecken die bundeln sich ja nach vorne ja mit mit bettung halt ausgebaut oder ist das alles zu topisch ja ist zu viel das wird jetzt hab ich tausende was wir machen können ist hier ähm einen zaun drum machen den ein bisschen versenken also dass wir ganz am boden einen haben und in der mitte so weißt du das die auf jeden fall da rein rennen das geht ganz gut wir haben so ein elektrozaun hier drum rum und der hält die gleichzeitig auf dann barbboy er dahinter dann Dings ähm vielleicht äh eins tief spitzen dass sie drüber laufen müssen über die Fälle ja das ist aber auch das Problem ja okay wenn die explodieren da drin ist ja eh kaputt du meinst jetzt die 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 grünen die Cops ja aber das äh können wir machen ja auch ist gut man sollte auch was ins Feuer legen dann brennts auch also ich hab jetzt mal sexual hab ich jetzt auf Anschlag ok jetzt fehlt nur noch die greile zack aber du kannst ja eh noch nicht 450ern dort liegt eine in der Workbench ja ja die 450er aber die bringt ja immer noch nicht den einen Schlag weißt du ja ja der ultimative der ultimative Orga wäre jetzt noch was geiles ach ja wir können es aber auch nicht herstellen oder es geht nicht äh Rezept haben wir das Problem ist halt Orga Blade wir brauchen nur noch Teile oder? bist du sicher? irgendwas hatten wir von Orga glaube ich wir haben Orga Parts ja Orga Parts haben aber wir brauchen nur ein Blade wenn jetzt hier irgendwo ein Blade in der Kiste liegt dann drehe ich ruhig ich kann mich nicht erinnern ähm ne leider nicht dann so herstellen kann man das Ding aber auch nur wenn man ein Orga Blade hat also dann verbessert es dann halt man kann das Orga Blade nur herstellen wenn man ein Orga Blade hat das ist ja ja du verbesserst die halt also wenn du sag ich mal ne 50er Orga Blade irgendwo gefunden hast hast dann dein Skill auf so wenn wir ihn jetzt haben schmeißt du das rein und dann kriegst du halt ne 350 oder so raus ah Orga Blade was ist denn mit äh Händler? Ich war morgen noch mal zum Händler ich weiß nicht wann der Ruinsporn hatte das kann ich weiß nicht es sind ja ein paar Händler hier in der Nähe ähm irgendetwas hat nochmal die Koordinaten zu einem anderen 26 ok müssen wir ein paar holen ja wir können mal in die Wüste von ein Geier killen wenn wir eine Pistolenmunition haben ja kill the Geier so ein Stein da rein Öl nicht ne das sieht aber auch aus hier warte mal ein neues Kistchen oh ist ne langweilige Aufgabe hier ich bin aber jetzt fast an der Ecke ähm das kommt in die Waffenkiste ähm äh Benzin so und das kommt da rein ähm auch wir haben ja schon richtig viele Dosen das heißt richtig viele ne also ein paar Öl ne irgendwie braucht man die irgendwas brauchen wir die auf die Dosen ne für Öl ja ok weil wir haben auch 30 Öl ne wobei mir nicht ganz klar ist wieso für Weapon Repair Kits aha da weil die Waffen auch teilweise schon guten Verschleiß haben und dann muss halt dagegen arbeiten ich schmeiße das Zeug auch hier drüben mit rein öh das da das da das da und wie schaut's aus warte mal wir können glaube ich wieder ein paar First Aid Kits machen Bandage brauchen wir da ein Duct Tape auch haben wir haben wir ja wo Kleber kommen wir ja oder ja Kleber haben wir da ist ein Duct Tape also ich habe jetzt den Gang 2 breit bis hier hinten durch ok cool man könnte jetzt dann ist doch wieder schön Stein dabei ne ähm 12, 13, 14.000 14.000? ja geil ja mit einem Schlag mache ich 49 Stein ok 14.000 ist schon ne Nummer und ich bin 2 Level gestiegen haben wir am Tag yay ich kann aufhören zu kloppen ja es ist guten Morgen guten Morgen ah ich hasse es ich komme ich komme aus der Tiefe weil fast 12 Minuten gebuddelt und Themen gehabt guten Tag ich packe die hier oben rein ja wir sind nur noch Stein ohne Ende ja ja brauchen wir auch also wir haben hier viel wo soll ich das Öl nochmal hinpacken in die linke Kiste hier da guck mal dass du da irgendwie so Waffen und so ein Verbrauchsteug rein kriegen kannst wenn noch passt und die Fortis reinschmeißen direkt ach da sind 10 AA ok ja die ganz linke bret jetzt auf jeden Fall ordentlich Eisen ein gut ich hole mal Wasser eben ah übrigens jemand sagte pass mal auf hast du Kabel kannst du mal Kabel ziehen bitte von dem Generator ja könntest du mal einen Verteiler oberhalb des Generators setzen damit die Kabel so ein bisschen höpscher sitzen weißt du was ich meine äh ja warte wenn wir einen Verteiler haben lass auf meinen Kleber den ich besucht hab Verteiler, Verteiler mhm Verteiler Verteiler Vase was ich bin ins Loch gefallen ach hier ist ins Loch gefallen ganz oben an die Decke ganz oben an die Decke ja dachte ich kann man den noch abbauen nö ok ähm dann zieh mal bitte ein Kabel von da an das defekte Licht was direkt über dir ist ja ok warte soll ich dir was mit nö das könnte ja guck merkst du das? ja schön und das ganz genau so hier drüben ist auch noch eins dann haben wir hier drüben nämlich Licht kann ich jetzt von diesem Verteiler im wie im richtigen Leben auch ja das geht ist doch schön toll ja das machen wir noch alles hübsche ich weiß doch warum das Geschütz nicht funktioniert hat kannst du von der einen Deckenlampe kannst du von der kleinen jetzt hier rüber an die andere gehen ja stimmt das kann ich auch noch machen tadaaa Perfekt oder? super können wir das ganze noch mit dem Schalter verbinden beziehungsweise man kann es auch so einstellen dass wenn es dunkel wird 22 Uhr dass dann das Licht angeht es gibt sogar Zeitschaltuhr aber hier drin ist permanent dunkel das ist das Problem ich nehme jetzt mal kurz die die ähm die Fackeln weg mhm so jetzt mache ich mal Licht aus mach du mal auch da hin alles schon guck mal wenn das Licht du mich aus hast jetzt haben wir nämlich richtig Licht ja cool warte mach ich nochmal eben testweise das Ding aus wo kommt das Licht her? von Borges ja ne wieso wo ist das Licht her? ne ist ja noch an achso das ist wieder angemacht das ist wieder angemacht ja ne gut auf jeden Fall macht es glaube ich so ganz gut Licht ja dukt tape yeah yeah offenes Kabel sieht das bei dir auch so komisch aus bei der einen Lampe ja gell? das hängt so ein bisschen in der Loft ja das hängt durch so wo sind meine Gläser 89 leder Gläser wo hatten wir Wasser hier? wir haben Schnee hier brauchst du nicht los wir haben ohne Ende Schnee ja 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 wir kriegen mit Bottled Murky Water raus Schnee, Gras was du brauchst und gar kein Problem und Pillen und Pillen also ich könnte auch ohne lustige Pillen Party ähm genau dann würde ich jetzt mal mit dem verbleibenden Wasser würde ich mal der Schnee ist übrigens bei mir hier oberhalb der Kiste Bottled Murky Water muss ich echt im Lagerfeuer machen 8 Minuten äh 8 Sekunden oh ne komm schau das auf dann bin ich ja schneller wenn ich hole Entschuldigung für die Wortwahl aber das ist für'n Arsch das ist für'n Arsch normalerweise müssen wir das reinpacken können in den Schmilz das dürfen wir es auch nochmal ändern so 100 und ein Gläser machen wir ein bisschen soll ich nochmal Bäume anpflanzen gehen? ja kannst du machen mit meinem Holz brauchen wir immer ähm war hier nicht eine Wässertür? ach ne wir haben Wasser hier ach sieht gut aus es wäre der Licht es schaut gut aus ja das ist ja besser da auch nicht so ach 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 ecke leer über die rauf hier rauf da du 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 ich ach ich hab du was Alter ey er muss zu trinken ja ich muss noch trinken äh super ey der Generator So, voll an der Wand, verteile direkt oben drüber. Hast du gut gesetzt, Kaiser. Sarkasmus? Nein. Nicht bei mir. Nicht. So. Coming home. Mach jetzt Kleber. Der bitzelt ab und zu mal. Hast du da Kontaktspray drauf gemacht? Ja, genau. Jetzt fängst du nämlich an. Scheiße. Wo soll ich denn pflanzen? Direkt vor der Hütte vielleicht hier? Oder ist das schlecht, dass wir dann die Zombies nicht sehen? Nee, das ist so, wie in der Heatmap. Da kommt eine. Guck mal. Lass dich schreien. Ich habe aber nur acht Pfeile. Guck mal, wer da ist. Lass uns den zum Ersten kümmern. Wie kann man aus dem Meta-Empfang daneben schießen? Ich kann das. Cool. Halt die Klappe. Fuck. Er kotzt. Oh, er hat mich angekotzt. Oh, äh, äh, Fußball. Footballer. Oh, fuck. Der ist schnell. Okay. Noch ein schneller. Oh, fuck. Er hat mich erwischt. Er hat mich erwischt. Oh, nein. Ich werde sterben. Nein, ich werde... Ah. Oh, fuck. Leg ihn ab. Oh, fuck. Strategischer Rückzug. Hast du Pistolenmunition gemacht gehabt? Hast du Pistolenmunition auch? Er ist angesetzt. Ich komme hier nicht hoch, ey. Diese verfickten Heuwein. Muni, wo ist Muni? Wo sitzt sie? Er ist in der Workbench. Aber ich weiß nicht, ob die durch ist. Ah, zwei Schuss. 7,6. So. Egal. Wo haben wir die, wo haben wir die, äh, äh, Repetiergewehr? Äh, müsste noch eins in der Kiste sein. Ansonsten schauen wir in der Händlerkiste. In der ganz linken Kiste ist eins. Händlerkiste. Oder halt in der linken Kiste. Zwei Cops. Hunting Rifle Stock. Fuck. 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 Abbruch. 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 Ähm, ich sehe sie nicht. SMG sehe ich hier. Ah, Hunting Rifle habe ich. Alles klar. Er ist zum Heulen. Aber gibt es Munition noch von dem Ding? Ich hoffe. So. Okay, zwölf Schuss. So. Ihr Lieben, während wir die Horde überleben, wird Kaiser nochmal stellen müssen. Wir sehen uns in der... Er ist explodiert. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn die Frau weiterschreit, die Sirene aufhört zu schreien. Bis zum nächsten Mal. In 70 Steps. Bis morgen. Gut. Tschüss. Sie schreit. Tschüss. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Vielen Dank.